Musik 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 Wir sind in Heirutsberge bei Magdeburg. Heute beginnen die Vorbereitungen für unseren Brandversuch. Gerade wird das Gerüst aufgebaut, es wird ungefähr 12 Meter hoch sein und an dem Gerüst werden unsere Rohrleitungen und unsere Montore montiert. Nachdem der Gerüstbauer das Gerüst fertiggestellt hat, wird heute die Rohrleitungsinstallation beginnen mit dem Rohrleitungsbauer. Der Rohrleitungsbauer wird die Rohre verlegen und installieren und durch diese Rohre wird dann beim Brandversuch der Schaum ausgebracht und ein Löscherfolger erzielt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier in unserem One7 Löschcontainer, wo eine komplette stationäre Anlage installiert ist mit Wassertank, Kompressor, Pumpe und hier haben wir das One7 Verschäumungsmodul, in dem prinzipiell dem Wasser, das Schaummittel zugemischt wird, die Luft zugemischt wird und von hier aus der komplette erzeugte Druckluftschaum direkt in den Löschbereich geleitet werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben auch verschiedene Besucher eingeladen, einfach weil sie es interessieren könnten aus den Fachkreisen, die das betrifft, zum Beispiel Versicherungswesen, wie auch verschiedene Entsorger, die auch teilweise gefragt haben, ob sie dabei sein dürfen. Da man das natürlich nicht alle Tage macht, einen Versuch in dieser Größenordnung, schließlich etwa 10 Tonnen Papier hier im Brandraum drin. Wir haben auch aus dem Bereich der Lehre und der Forschung Personen hier, zum Beispiel von der Universität Magdeburg oder der Hochschule Magdeburg, wie auch von der Bundesanstalt für Materialforschung. Wir haben die Vorbereitung in den letzten Tagen jetzt abgeschlossen, es ist alles sehr gut verlaufen. Jetzt gleich wird es ernst und wir fangen an, den Versuch durchzuführen und zu zünden. Das war's für den Weg. Das war's für den Weg. Es ist ganz interessant zu sehen, ging also um Recycling der Material und da welche Möglichkeiten dort in der Brandbekämpfung durch eine stationäre Löschanlage bestehen. Da ist für mich interessant auch die Auslösekriterien, also wie kann ich eine Löschanlage auslösen. Wir haben also dann die Wirksamkeit der Löschanlage zu sehen können in einer sehr kurzen Auslösezeit. Ja, für uns als Entsorgungsunternehmen war der Versuch sehr interessant. Gerade die Themen Brandlast, Brandschutz ist für uns immer sehr aktuell. Insofern denke ich, dass heute der Versuch mehr als gelungen war und das System auch für uns sicherlich eine Alternative sein kann. Die Brandversuche sind im Allgemeinen sehr gut gelaufen. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben hier jetzt wirklich drei Wochen lang vorbereitet. Eine Woche lang waren wir jetzt hier vor Ort, um drei Brandversuche durchzuführen. Sie sind alle sehr gut verlaufen. Wir sind sehr zufrieden. Für unsere weitere Arbeit bedeutet das, dass wir dem Kunden wirklich eine gute Lösung anbieten können, wo wir auch wissen und jetzt auch mit unabhängigen Prüfinstituten nachgewiesen haben, dass es funktioniert. Unsere Löschanlage ist wirksam. One7 ist also tatsächlich eine gute Lösung und sogar mit zwei verschiedenen Materialien, die wir getestet haben. ... ... Bis zum nächsten Mal.